Exner & Sohn ist Ihr Profi für die Tiefenreinigung von Textilien. Wir besuchen Sie zu Hause in Firmen und Hotels für eine gründliche und schonende Reinigung mit biologisch abbaubaren Rohstoffen, ohne Chemikalien. Bei der Polsterreinigung bieten wir eine Nass- und Trockenreinigung für alle Bezugstoffe. Das hocheffektive Trockenshampoo bindet den Schmutz, der nach dem Einwirken ganz einfach mit dem Bürstensauger abgesaugt wird. Die Nassreinigung bedarf einer Trockenzeit. Die geprüfte Clean-It-Matratzenreinigung ist besonders für Hausstauballergiker geeignet. Hierbei werden Milben, Sporen, Viren und Bakterien für sechs Monate beseitigt. Als Hotel erhalten Sie auch Prüfsiegel und Zertifikat. Durch das Carpet-Cleaner-System mit natürlichem Granulat werden Ihre Teppiche fasertief und nachhaltig gereinigt. Der Teppich kann danach sofort wieder betreten werden. Bei Komplettreinigung wird ein Zertifikat vergeben. Vereinbaren Sie eine Probereinigung mit Exner & Sohn. Musik Untertitelung des ZDF, 2020